Sind die A-Shaira und die Maturide haben die nur Fehler in Namen und der Triebauten Allah und da haben sie auch in anderen Themen Fehler, sie haben zum Beispiel in Qadr Fehler, das wird wie sie Al-Qadr beschreiben, sie haben in Namen und der Triebauten Allah Fehler, sie haben in der Definition von Iman Fehler, sie haben in den, sie haben ein großen Fehler, indem sie sagen, dass sie Ahad-Hadithe nicht in Aqidah akzeptieren. Das ist an sich selber ein richtig großer Fehler. Noch dazu, dass sie sozusagen behaupten, dass die großen Mذاheb-Gelehrten oder Führer von Mذاheb-Gelehrten wie Malik, As-Shafi, Ahmed und Abu Hanifa, dass sie entweder Maturide oder As-Shaira waren, Subhanallah, Subhanallah, die großen Glehrten, Abu Hanifa, Malik, As-Shafi, Ahmed, Rezuhallah, Alihim, Jamiah, Sie waren vor Abul-Hassan Al-Achari und vor Abul-Bansoor Al-Mathuride. Wie kann das, komischerweise, pass auf jetzt, pass auf, man sagt, wir sind, wir sind As-Sha'iran-Aqidah oder Maturidiyan-Aqidah, Maturidiyan-Aqidah und Fiqh Abu Hanifa. Ich meine, was war Abu Hanifa da, Al-Aqidah-Mathik? Wenn man sagt, der war Maturidi, aber Maturidi kam später. Wie könnte Abu Hanifa Maturidi sein und Abu Hanifa war vor Abu Mansur Al-Mathuridi? Wo sind eure Köpfe? Wo sind eure Köpfe? Da sagt man ja, die Grundsätze waren da bei Abu Hanifa und Abu Mansur Al-Mathuridi hat das anders gemacht, Subhanallah, die Grundsätze. Welche Grundsätze hat Abu Hanifa gab? Hat Abu Hanifa die Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala metaphorisch erklärt? Hat Abu Hanifa verleugnet bestimmte Namen und Attribute? Hat Abu Hanifa den Iman so erklärt, wie sie das erklären? Hat l'Imam Malik, la Asma' al-Malik, hat l'Imam Ahmed, Und der Schafi, hat l'Iman so erklärt, wie sie erklären? Und der Al-Qadr, wie sie erklären? Hat er Schafi gesagt, man nimmt keine Ahad-Achadise in Aqidah, hat das Ahmed gesagt, und der Malko, und der Abu Hanifa? Haben Sie so geteht? Das ist die Definition des Imens. Problem mit Qadr, Problem mit den Hadithen in Aqidah und Problem, und das ist das Problem, dass sie mit ihrer Methode die Sahaba widersprechen. Obwohl sie behaupten die Namen von Sahaba, aber in Wirklichkeit, das ist anders. Und ich meine natürlich, pass auf, diese Diskussionen in TikTok und in Social Medien bringen nicht viel. Warum? Weil die Leute, die dort diskutieren, die haben keine Ahnung von diesen Themen. Ich meine, man hört einiges, wenn man manchmal so ein bisschen Zeit hat und da macht man ein Handy, Tiktok nach oben ein bisschen und dann kommt jemand und der erzählt und so weiter. Komischerweise, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Wenn man sagt, Allah hat Hand, dann sagen sie ja, du bist Wahhabi. Warum? Weil du sagst, Allah hat Hand. Allah sagt selber, die Hand Allah ist über ihren Händen. Okay, lass mal Hand, man sagt, Übersetzung. Yadullah, Allah hat Yad. Sagen, wenn du sagst, Allah hat Yad, dann bist du Wahhabi. Okay, hat Imam Ahmad das gesagt oder nicht? Hat Malik das gesagt oder nicht? Hat Al-Qayrawani das gesagt oder nicht? Hat Abu Uthman al-Sabuni 449 gestorben? Hat er das gesagt oder nicht? Ibn Abi Aasen. Al-Al-Al-Al-Al. Barakallahu fikum. Sagen, Allah. André, Ibn Battal, die anderen, die vor ihm waren. Auch Abu Al-Hazan al-Ash'ari. Selber hat das bestätigt. Okay. Wenn du heute sagst, Allah hat Hand, dann sag dir, Oh, diese Leute, die haben gesagt, Allah hat Hand wie unsere Hände. Wer sagt das? Wer sagt das? Die haben selber gesagt, die haben selber, die haben selber etwas vorgestellt, was nicht richtig ist. Wir sagen, Allah sieht, Allah hört. Okay, Allah hört, Allah sieht. Allah hat Yad. Allah hat Wajah. Hat jemand von Ahl-Sunnah al-Jama'ah gesagt, das Gesicht Allah ist Jariha, das ist ein Körperteil. Die sollen uns nur einen bringen von Ahl-Sunnah al-Jama'ah, der das gesagt hat. Dazu. Dazu. Wer sagt, wenn du sagst, Allah hat Yad oder Allah hat Wajah, dass es ein Körperteil ist, oder dass es sein Wajah, wie Wajah von Menschen oder von Geschöpfen ist. Wer sagt das? Keiner. Die haben sich selber vorgestellt. Die haben selber eine Annahme gemacht, eine Vermutung. Und die haben auf diese Vermutung eine Gewissheit gebaut. Und die bekämpfen die Akide von Ahl-Sunnah al-Jama'ah auf Vermutungsbasis, ohne Beweis, ohne Beleg, ohne Gewissheit. Und am Ende behaupten sie, sie sind auf dem richtigen Weg. Und komischerweise, subhanallah, passt auf. Ich gebe euch Beispiele. Der Prophet, sallallahu al-sallam, kam zu ihm, Muawiyah ibn al-Hakam al-Sullami. Muawiyah ibn al-Hakam al-Sullam. Das Hadis ist ein Muslim. Der sagte, der Prophet, ich hatte eine Sklaven gehabt, und diese Sklaven sollte sich kümmern um die Schafe. Und dann kam ein Wolf, und der hat ein Schaf gefressen, mitgerissen, mitgenommen. Und ich bin ein Mensch. Ich war, ich war aufgeregt, und ich war, ich habe mich richtig geärgert. dann habe ich sie geoffeigt. Was soll ich machen? Der Prophet, sallallahu al-Sullam, sagte, bring sie. Der hat sie gebracht. Der hat ihr gesagt. Aynallah. Jetzt ist diese Überlieferung, Aynallah, authentisch oder nicht? Die sollen das sagen. Al-Imam al-Nawawi selber sagt, das ist authentisch. Ibn Hajar al-Asqalani sagt, authentisch. Die großen Gelehrten sagen, authentisch. Und die haben eine Regler, die sagen, wachuduhu haithu hafidun alaihinas. Wenn ein Hafid, ein Großgelehrter, ein Hadith, das bestätigt hat, dann muss sie das annehmen. Jetzt, Al-Nawawi, Ibn Hajar, Al-Baghawi, andere große Gelehrten, die haben gesagt, diese Überlieferung ist authentisch. Der Prophet sagte, Aynallah, darf man denn die Frage stellen, Aynallah oder nicht? Bei ihnen nein. Wenn du diese Frage stellst, dann bist du Wahaabi. Subhanallah. Aynallah. Die hat gesagt, Fis-Sama. 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 Das heißt, Al-Ulu. Hu-Huch. Oben. Sagen, du darfst das nicht. Wenn du sagst, Allah ist oben, dann darfst du nicht. Allah sagt, Allah sagt im Koran, Yachafuna, Rabbahum, min fawqihim. Al-Malaiika. Die Engel, die fürchten Allah, min fawqihim. Da kann man hier nicht sagen, ein Engel. Oder da kann man sagen, Uluh al-Qadr. Uluh al-Qadr. Sowieso, Allah subhanahu wa ta'ala, hat die Wahrheit, mit der Macht, mit der Stellung, mit allem, rum und ran. Aber der Prophet sagt, Ein Allah. Der sagt, Fis-Sama. Das heißt, wenn man uns fragt, Ein Allah. Wir sagen, Fis-Sama. Wir sind kein Wahhabi. Wir sind kein Kuffar. Wir haben das gesagt, was diese Sklaven gesagt hat, das Hadith ist uns ein Muslim. Der sagt, wer bin ich? Der sagt, du bist der Gesandte Allah. Der sagt, lass sie frei, sie ist gläubig. Die Leute sagen, wenn du sagst, Allah ist Fis-Sama, du hast falsche Aqida. Wollen wir noch diskutieren? Barakallahu fikum, saakum Allah khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala, uns bewahren, auf dem richtigen Weg, Islam festigen. Subhanahu wa ta'ala, wa hamdik, ashadu ala ilaha ilaha ilaha, astagfirullah.